Musik Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Matze Wiesner. Ich bin heute als rasender Reporter für Sie unterwegs und wir sind hier in Leipzig. Hier sollen ja morgen diese wunderschöne Artenschutzausstellung beginnen. Und heute kam schon das beste Ausstellungsstück überhaupt an, die Hommage an Rod Stewart. Aber schauen Sie selbst! Don't leave me hanging on a line I knew you and you had known Hi, mein Name ist Marco Wölfer. Ich bin Sänger und Interpret, der in Deutschland einzigen Hommage an einen der größten und erfolgreichsten Sänger unserer Zeit, Sir Rod Stewart. Ich bin seit 2014 mit diesem Programm live auf Tournee. Und zum einen habe ich das Glück, mit einem großartigen Team unterwegs sein zu dürfen. Und zum anderen macht es mir verdammt viel Spaß, diese zeitlose Musik zu singen und zu sehen, wie es die Menschen bewegt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir wollen unser erstes Album auf den Markt bringen. Die größten Hits von Rod Stewart. Und das Ganze soll live aufgenommen werden. Wir möchten mit eurer Hilfe unser erstes Live-Album produzieren. Und so eine Produktion ist mit allerlei Kosten verbunden, unter anderem die Technik vor Ort, die man benötigt, die Tontechniker, das Mischen, das Mastern, die Pressung, die Grafiken und so weiter. Und mit Ziel Nummer 1 erreichen wir all diese Sachen. Und wenn wir alle vollkommen durchdrehen und Ziel Nummer 2 erreichen, dann können wir sogar noch zwei Live-Musikvideos drehen. Wenn ihr genauso Rod Stewart-affin seid wie ich und mein Team und schon immer mal bei einer Live-Produktion mitwirken wolltet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und wie das geht, das sagt euch jetzt Adriane. Die Mr. Rod Live-Produktion zu unterstützen ist ganz easy. Ihr geht einfach auf www.startnext.com. Dort findet ihr einen großen Button, wo draufsteht Projekt unterstützen. Da klickt ihr drauf und schon habt ihr die Wahl. Die Wahl zwischen entweder mehreren Dankeschöns, wo ihr eins oder mehrere auswählen könnt. Oder ihr könnt einen freien Betrag spenden. Dann noch schnell fix eure Daten eingeben und jetzt bezahlen drücken und fertig. Ihr seid Teil unseres Projekts. Egal in welcher Form ihr das Projekt unterstützt, wichtig ist, sagt es euren Freunden, euren Bekannten, eurer Familie. Eure Oma und Opa, euren Enkelkindern und natürlich euren Haustieren. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei all denjenigen bedanken, die das Projekt oder das Crowdfunding unterstützen. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns hoffentlich auf einem unserer Konzerte wieder. Fühlt euch geknutscht. Euer Marco. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.